Musik Alter, du kannst es noch so oft sagen. Meine Antwort bleibt nein. Ach komm schon. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Weil es viel zu riskant ist natürlich. Ich habe das Ding von vorne bis hinten durchgeplant. Es besteht keinerlei Risiko. Keinerlei Risiko. Lass mich dir mal was klarstellen. Du willst mit mir diese Tankstelle ausrauben und behauptest es bestimmt nicht das geringste Risiko? Als ob es das erste Mal wäre. Ja, aber du weißt ganz genau, ich mache so einen Scheiß nicht mehr. Komm schon, wir haben solche Dinge früher jeden Tag gedreht. Und wir haben dieses Leben hinter uns gelassen, falls du dich daran noch erinnern kannst. Du hast gut reden. Wofür willst du das überhaupt machen? Du hast ja wohl genug Asche, oder? Denkst du, hier geht es ums Geld? Ja, warum denn sonst? Es geht um den Nervenkitzen. Ich vermisse ihn einfach. Du vermisst es? Ja, ich vermisse es. Wenn ich sehe, wer sich heutzutage Gangster nennt, dann wird mir schlecht. Früher bin ich in den Laden mit meiner 54er Magnum, habe sie dem Kassierer an den Kopf gehalten und er hat die Kasse geleert. Tja, die Zeiten haben sich halt geändert. Gib zu, du vermisst es doch auch. Oder warum trägst du noch die Waffe bei dir? Reine Vorsichtsmaßnahme. Du weißt selber, wir haben uns damals genug Feinde gemacht. Aber ein bisschen vermisst es schon. Gib zu. Okay, du hast mich. Ein letztes Mal. Ja, so gefällst du mir. Ein letztes Mal. Auf die alten Zeiten, Giacomo. Auf die alten Zeiten, Giacomo. Auf die alten Zeiten. Auf die alten Zeiten, Giacomo. Auf die alten Zeiten, Giacomo. Bis zum nächsten Mal.